Und hier ist sie wieder, die 5-Euro-Überraschungs-Show. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5-Euro-Überraschungs-Show bei Pearl TV. Willkommen zur 5-Euro-Überraschungs-Show. Das ist das Highlight des Tages für viele von Sie, für uns auch. Weil wir nicht wissen, was kommt, Sie wissen nicht, was kommt. Wir wissen aber, dass alles nur 5 Euro kostet. Sie sehen, wir sitzen hier noch alleine, aber die Stühle werden sich gleich füllen, bin ich mir ganz sicher. Und dann legen wir los mit unserem Sortiment an 5-Euro-Artikeln. Also, seien Sie schnell. Ich fange mal an mit dem ersten Produkt hier. Ja, ich würde sagen, du buzzerst mal und dann sehen wir schon unseren ersten Engel. Denn hier ist nicht nur das erste Produkt heute, sondern auch Tristan. Tristan bringt sonst. Und wir sind gespannt, wie Sie, was heute auf uns zukommt, wichtig ist, bitte, dass Sie, wenn Ihnen ein Produkt gefällt, schnell sind. Weil wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent. Womit fangen wir denn an? Tristan, was ist es? Ah, das ist etwas, was wir alle brauchen können jetzt. Das ist ein Ventilator, ein USB-Ventilator. Ja, ich kenne den sogar. Jetzt muss ich natürlich erstmal, das ist jetzt normalerweise, hängt man das natürlich an den Laptop. Ja, aber hier ist es, ich muss schauen. Ah, da oben ist ein Anschalter. Jetzt habe ich es. Und jetzt schauen Sie mal, was hier passiert. Du kannst hier Leuchtschrift, du kannst Botschaften über den Ventilator verteilen. Das ist ja der Hammer. Und ich kenne das von DJs zum Beispiel, die das gerne an ihrem Laptop, über den sie Musik machen haben. Aber du kannst das auch am Schreibtisch, Büro, und dann grüßst du deinen lieben Arbeitskollegen. Das ist ja der Hammer. Oder, also ich würde zum Beispiel, wenn du einen schlechten Tag hast, machst du den Ventilator an, kühlst dich ab und machst hier drauf, weil du hast ja freie Wahl, was du schreibst. Sprich mich nicht an, ja. Aber ein lieber Gruß kommt, glaube ich, besser. Acht wechselnde Nachrichten werden in die Luft geschrieben. Das ist ja total super. Das macht man alles dann vom Computer aus. Genau, du kannst das am Computer steuern. Acht verschiedene Nachrichten und die gehen dann auch, wenn man das will, abwechselnd. Ich schaue gerade mal, was hier alles. Hallo Redaktion. Wir grüßen unsere Redaktion. Können Sie es lesen? Hallo Redaktion. Und guck mal, dann geht das wieder weg. Und das ist natürlich toll. Und die Ventilationsleistung, das ist ja auch nicht ganz unwichtig, ist auch hervorragend. Also es wird ja einfach ein bisschen kühler. Das ist ja der Hammer. Wir schauen mal auf Völl.de, was er da kostet. 11 Euro. Und das ist schon ein super Preis. Ein echtes Schnäppchen hier. 75 Prozent zur UVP. Das heißt, UVP ist 20 Euro. Hier dürfen sie auch tatsächlich bis zu fünfmal bestellen. Kristen, hast du gesehen, dass da was steht? Did you see that there's a wording on there? Oh, I did. It's cool, oder? It's hard to miss, ja. Was steht bei dir denn drauf? PörmTV, sei schlau. PörmTV. Sei schlau, schau PörmTV. Kann man auch sinnvolle Sachen sehen, siehst du? Das ist ja echt super. Für fünf Euro. Also ich finde das klasse. Da kannst du ja natürlich auch zum Beispiel im Kassenbereich, da macht man eine Telefonnummer drauf oder die Internetadresse. Dann ist das auch ein Werbeforum. Aber ich finde es auch im Privatbereich schön. Man muss das ja nicht nutzen mit der Schrift. Aber es sieht toll aus. Wir haben es jetzt nicht irritieren lassen, eine Powerbank gemacht. Aber da stecken Sie ganz einfach in Ihren Laptop rein. Und dann kann man eben hier mit Frischluftzufuhr Nachrichten in die Welt schicken. Ich finde das klasse. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber es funktioniert. Das ist der absolute Wahnsinn. Unser USB-Ventilator mit acht programmierbaren Laufschriften je 26 Zeichen. Also richtig lange Nachrichten kann man da hinterlegen. Der hat die Bestellung PX5939569. Können Sie bis zu fünfmal bestellen. Rufen Sie an 0800 51 51. Dreimal die vier. Für unseren tollen Ventilator mit Laufschrift. Sie können angucken, wann Sie wollen. Wir sammeln alle Ihre Bestellungen für den ganzen Tag. Und Sie zahlen nur einmal Versandkosten. Es sei denn, Sie sind über 150 Euro. Dann schenken wir Ihnen sogar die Versandkosten. Kommt alles versandkostenfrei zu Ihnen. Aber das ist wieder mal so ein Produkt. Wenn ich das jetzt suchen würde, ich wüsste nicht, wo es kriegt. Jetzt wissen Sie es hier in der 5-Euro-Show von Pearl TV. Ist ja auch ein tolles Geschenk. So, lass uns weitermachen. Christen, magst du buzzern? Da ist sie. Und hier ist auch Diana. Jetzt bin ich gespannt. Sehr schön, Diana. Danke. Christen macht das immer ein bisschen spannend beim Auspacken. Wir haben ein... Oh, das ist jetzt was für die Damen. Diana. Das habe ich schon. Das habe ich schon. Das ist auch gut zu mitnehmen. Aber ich habe es schon zu Hause. Und dann haben wir eine bei der Arbeit. So, jetzt sagen wir erst mal, was es ist. Und dann kannst du die Anwendung sagen. Es ist ein 59-teiliges Nähset im Reise-Etui, inklusive Scheren, Knöpfe und Maßband. Und ich glaube, es passieren ja immer so kleine Kleidungsmalheure. Ja. Und dann kann man sowas immer gebrauchen, oder? Und dann, wir nutzen immer diese kleine... Wie heißt diese? Sicherheitsnadel. Genau. Und auch sehr oft, ich nutze diese... Maßband. Maßband. Genau. Und alles, was hier drin ist, weil das ist super. Und für 5 Euro, ich glaube, das ist besser, 2er, 3er-Set kaufen. Ein für Auto, zu Hause, in Tasche. Weil das nimmt keinen Platz. Sieht super aus. Und ich bin begeistert und ich nutze das gerne. Also, ich habe sowas auch zu Hause, aber ich habe wesentlich mehr bezahlt. Aber ich kann Ihnen sagen, warum. Jetzt bin ich Mann und ich bin nicht so handwerklich, was für andere Arbeit hier begrabt. Aber wenn mein Knopf am Hemd da ist, bemühe ich mich, den selber anzunehmen. Machst du das selbst? Aber ich brauche kein so riesen ausgestattetes Nähset. Da ist alles drin in so einem. Aber ich muss ehrlich sagen, ich meine, ich habe 19 Euro für mein Nähset bezahlt. Und ich ärgere mich jetzt da gerade ein bisschen, weil es sind alle Farben dabei. An Zwirn, das ist ja auch bei Knöpfen, du musst ja auch die richtige Farbe nehmen. Knöpfe sind auch noch mit dabei. Schere ist dabei. Da sehen wir es. Maßband, Sicherheitsnadeln und das alles. Ingo, kannst du nähen? Ich bin genauso wie du mit Knöpfen. Das kriege ich hin. Wenn mal hier an der Naht irgendwie was Kleines ist, dann kann ich das auch nähen. Ich habe auch so ein Nähset. Das muss man einfach haben. Wenn man unterwegs ist, dann muss man halt den Knopf abgeben, muss man den wieder annehmen. Nähen habe ich übrigens bei der Bundeswehr auch gelernt. Da gehörte das zur Ausbildung dazu. Wo hast du bei der Bundeswehr? Ich war bei den Panzern in Nienburg. In Nienburg, an der Lahn, oder? An der Weser, Mensch. An der Weser, okay. Jetzt nicht auch in Nienburg an der Lahn, okay. Ich war in der Eisbergkaserne in Nagold. Und da war ein Nameprogramm, da war es kalt. Aber Knöpfe musste man auch mal einnähen. Aber ich finde das toll für Reise. Hier noch kurz eine Zuschauerzuschrift. Und zwar die Anneliese aus Wees schreibt uns. Ein tolles Zubehör für jeden, der kleine Näharbeiten zu Hause oder unterwegs auf der Reise erledigen möchten. Alles drin, was man dazu braucht. Und die Bestellnummer ist die NX5531 und die 569. Und dann hat man eben alles. Also bestellen Sie dieses Set mindestens einmal bis zu fünfmal. Das wissen Sie, ist die goldene Regel. Bei uns dürfen Sie jedes einzelne Produkt bestellen, wenn es Ihnen gefällt. Und da eben, was wir vorhin gehört haben, eins zu Hause, eins für die Reise. Vielleicht auch mal ins Handschuhfach rein. Weil das ist ja auch ärgerlich, wenn man so ein Knopf fällt. Es ist ein Nordstil für das ganze Set, weil da so viele Sachen drin sind. Und jetzt bin ich gespannt, was Diana jetzt bringt. Diana weiß es ja immer schon. Wir sind die Einzigen, die es nicht wissen. Das ist ja ein bisschen benachteiligt immer, ne? Ach ja, wir lassen uns aber gerne überraschen. Das sind ja immer wieder tolle Produkte. Das ist eine Taschendampe. Eine tolle Taschenlampe. Aber mit was ganz Besonderem. Genau, das ist eine Taschenlampe mit Arbeitsleuchte und Magnet. Und? Und Christen hat es schon entdeckt, mit Arbeitsleuchte eben. Genau. Und zwar ganz einfach auszuwählen. Also das finde ich toll. So mehrfach in eins. Natürlich, Taschendampe, die brauchen wir sowieso ständig. Ja, auch mal, wenn man mit dem Hund abends noch rausgeht oder ähnliches. Ich habe auch an dem Auto. Und jetzt das Arbeitslicht ist natürlich ganz toll, weil du dann das auch hinstellen kannst. Und hast trotzdem eine komplette Beleuchtung, wenn du mal eine kleine Reparatur oder sonst was durchführen musst. Ja, du kannst es ja auch, weil es magnetisch ist, an die Motorhaube einfach ranklemmen. Und hast dann eben, du hast beide Hände frei. Das ist eben das Tolle. Das Arbeitslicht leuchtet eine größere Fläche aus, wie du ganz richtig sagst. Und dann eben diese tolle, tolle Lampe, LED. Und das ist wirklich sehr, sehr hell. Das blendet schon fast richtig. Das ist eben das Tolle, dass wir mit dieser LED-Technik, die ja heute so verbreitet ist, so viel Licht mit so wenig Strom machen können. Tolle, tolle Lampe mit zwei Lampen. Also wie gesagt, die Arbeitsleuchte und die Taschenlampe. Alles zusammen drin. Ich gucke mal gerade, ob die Akku oder mit Batterien ist. Ist vier Batterien, Typ 3A, Dreifache A. Ach, hier hat sogar ein Ingo geschrieben. Ein Ingo aus Bochum. Ich habe die Taschenlampe bestellt, um den Keller zu entrümpeln. Die Lampe lässt sich durch den Magnet prima an einem Regal befestigen und schon kann es losgehen. Danach werde ich die Lampe bei Arbeiten am Motor meines Fahrzeugs einsetzen. Einfach gut und preislich attraktiv. Und jetzt ist sie noch preislicher, attraktiver, weil sie in der 5-Euro-Show gelandet ist. Können Sie mehrfach bestellen. Eine Lampe muss man eigentlich am Nachttisch haben, in der Küche, wenn mal Stromausfall ist, wenn mal eine Birne kaputt ist. Da braucht man immer eine Taschenlampe. Und diese LED-Lampen haben halt den Vorteil, dass sie auch nicht schwächer werden, sondern die ganze Zeit hell leuchten. Du kennst das von den normalen alten Taschenlampen mit einer Glühbirne. Da wusste man immer nicht, gehen sie noch, gehen sie nicht. Dann hatten sie ein bisschen geschüttelt, dann kam noch so ein leichter Lichtstrahl raus. Passiert mit einer Cree-Lampe nicht. Das ist eine echte Cree-Lampe. NX 90 41 569 ist die Bestellnummer hier für 5 Euro. Magnetisch mit zwei Lampen drin. Ja, und Taschenlampe kann man nie genug haben. Also du hast schon aufgezählt, Nachttisch, Küchenschublade. Ich habe eine im Auto und ich habe die schon mehrfach gebraucht. Da parkst du mal einen Stock Dunkeln oder dir fällt irgendwas runter im Dunkeln. Dann kannst du das eben suchen. Also ich finde es klasse und für 5 Euro kann man ja nichts verkehrt machen. Das ist ganz klar so, oder? Ja, und sie hat auch noch diesen Blinken-Modus, wie wir hier sehen. Also man kann sie auf 100 Prozent, 50 Prozent oder Blinken-Modus stellen. Was eben auch wichtig ist, wenn man mal in Gefahr ist, dass man nicht im Dunkeln eben Gefahr signalisiert. Tolle Sache finde ich bis jetzt super, unser Programm. Jetzt kommt der Preis-Alarm. Das heißt, ein Produkt, was sich hier reingeschlichen hat, was normalerweise viel hochpreisiger ist. Und deshalb müssen wir hier jetzt die Begrenzung machen, maximal ein Stück pro Besteller. Egal, was da jetzt rauskommt, das ist... Ich weiß es, glaube ich. Ist das die Fernbedienung? Das ist eine lernfähige Infrarot-Universal-Fernbedienung mit App für 360 Grad für unter anderem auch kompatibel zu Amazon Elektra. Alexa, Elektra, sage ich. Alexa heißt die gute Dame. Sie möge mir verzeihen. Aber das ist wirklich der Wahnsinn. Weil wir alle kennen, glaube ich, diesen Fernbedienungs-Dschungel, den wir haben. Ja, sehen wir hier auf dem Tisch. Und hier kannst du jetzt deine Fernbedienung im Prinzip in eine Schublade legen und kannst alle Optionen deiner ganzen Fernbedienung mit deinem Handy erledigen. Und das geht mit diesem Steuermodul, hat eine Abstrahlung von 360 Grad und alle Geräte, die im Umkreis von 10 Metern von dieser kleinen Fernbedienung sind, die können bedient werden. Jetzt denkt man im ersten Moment immer nur an Fernseher oder an Receiver oder Stereoanlagen. Aber hier haben wir noch eine ganz andere Option. Klimaanlagen zum Beispiel. Weil die haben auch Infrarot-Fernbedienung. Jetzt hast du sogar die Möglichkeit, von außerhalb über diese App kannst du deine Klimaanlage zu Hause steuern. Also wenn es jetzt so heiß ist wie heute und du sagst, ich muss jetzt heim ins heiße Loch, dann machst du vorher die Klimaanlage an. Bis du zu Hause bist, ist es eben kühler. Also ganz vielschichtig auszuprobieren. Und für 5 Euro kann ich nur sagen, probieren Sie es mal aus. Vielleicht ist das hier ein neues technisches Highlight. Ja, du kannst alle Fernbedienungen ersetzen. Du kannst alles, was eine Infrarot-Fernbedienung hat, unter anderem eben auch eine Klimaanlage oder Luftkühler ja auch, kannst du fernsteuern. Da machst du also alles smart mehr oder weniger. Und kannst es sogar sprachsteuern. Du kannst also sagen, mach meine Klimaanlage in einer Stunde an und dann geht das an. Wir schauen mal auf Perl.de, da kostet das 20 Euro. Das ist natürlich, das ist schon ein super Preis. Und hier sparen Sie, Sie sparen 93 Prozent zur UVP. Das ist der absolute Wahnsinn. Der nicht bei 50 Euro. Preisalarm, aber das ist ein Toppreisalarm. Also denken Sie dran, maximal eins pro Besteller. Probieren Sie es einfach mal aus. Einmal einrichten, dann ist erstens mal Ihr Fernbedienungsdschummel weg. Sie steuern alles mit Ihrem Smartphone und es ist unglaublich bequem. Die Bestellnummer, die NX4519 und die 569 und hier 4, 5 Fernbedienungen. Ich glaube, das ist ja schon fast selbstverständlich, dass man die auf dem Wohnzimmertisch hat. Die verschwinden in der Schublade für den Notfall mal. Und alles andere wird in Zukunft von Ihrem Smartphone, das ja sowieso auch auf dem Tisch liegt, ja eben gesteuert. Und das alles, ist das mit WLAN oder mit Bluetooth, weißt du das? Also das eine ist infrarot und das andere wird natürlich ins WLAN eingestellt. Sonst geht es nicht, sonst kannst du nicht von außerhalb. Bluetooth hast du ja nur 10 Meter Reichweite. Also infrarot und WLAN. Tolle Sache. So, wir buzzern und holen das nächste. Sie denken bitte daran, das war der Preisalarm, also maximal ein Stück pro Besteller. Das ist auch ganz wichtig. Bitteschön. Und hier kommt schon das nächste tolle Produkt. Das ist ein Kreisrasenspringler mit 8 Sprühfunktionen für gängige Gartenschläuche. Diese Gartengeräte sind ja normalerweise sehr teuer, gerade im Fachhandel. Und hier haben wir jetzt wieder von, ist das eben so ein Rasenspringler, der wässert Ihr ganzes, hier sehen Sie mal auf den Bildern, was für viele Möglichkeiten wir da haben. Das finde ich der Wahnsinn. Je nachdem, was du bewässern willst oder wie trocken es ist, brauchst du natürlich mehr oder weniger Wasser. Und hier kannst du vom Vernebler bis zum starken Sprühen, kannst du alles machen und eben für den Rasen. Und jetzt gerade im Moment, Sie wissen das selber, es ist so heiß, dass wenn man den Rasen vielleicht letzte Woche kurz geschoren hat, kurz geschnitten hat, dass der verbrennen könnte. Man muss ihn ausreichen, zumindest morgens und abends wässern. Und dann ist sowas natürlich toll. Und das ist ein Saisonprodukt. Also da würde ich jetzt sagen, ja, warum brauchen wir nicht runtersetzen? Das braucht jetzt jeder. Wir machen es für Sie. Fünf Euro. Und wenn Sie einen Garten zu Hause haben, einen Rasen, da, also einfacher kann es ja gar nicht sein, den Rasen zu sprengen. Ja, und du kannst, wie gesagt, die einzelnen Wasserstufen da reinmachen, dass du eben auch Beete besprühen kannst. Je nachdem, was du machen willst, den Boden oder eben die Blätter in einem Baum oder Busch, kann man hier alles mit einstellen. Das ist halt ein sehr komfortabler Sprenkler, den du eben, ein Rasenspringter, den du eben individuell einstellen kannst, die normalerweise im Baumarkt viel, viel teurer sind, wenn du sie im Moment überhaupt kriegst, weil jeder die braucht, gerade in dieser Hitze, sind die schwer zu bekommen. Und das ist ein Qualitätsprodukt, das ist aus Plastik, das heißt, es ist wetterbeständig und passt für alle Gärten in den Garten. Weißt du, was jetzt auch lustig ist, im Mai hat es ja fast durchgeregnet. Da hat keiner dran gedacht, brauche ich dieses Jahr nicht. Jetzt haben wir sowas von Trockenheit und Hitze, jetzt wird wahrscheinlich ein Riesenrand losgehen, um den Garten eben oder respektive den Rasen zu bewässern. Du hast ja auch einen Riesengarten. Ja, natürlich, da wird auch regelmäßig bewässert mit den richtigen Utensilien. Und Sie holen sich jetzt die richtigen Utensilien, das ist, wenn Sie Rasenfläche haben und dann natürlich mit den acht verschiedenen Sprühbildern, die wir hier einstellen, können eigentlich perfekt für jede Anwendung und vor allem perfekt im Preis, weil günstiger als 5 Euro kann ich mir nicht vorstellen, dass es das irgendwo geben könnte. Ja, hier schreibt Waltraud aus Lutherstadt in Wittenberg, der Sprenger funktioniert tadellos. Die Nachbarn haben auch schon bestellt. Sehen Sie, so beliebt ist dieses Produkt. Das ist unser Kreisgrasenspringler mit acht Sprühfunktionen für gängige Garten, für alle gängigen Gartenschläuche mit der Bestellwimmer NX9285569. Können Sie natürlich auch mehrfach bestellen, wenn Sie eine größere Fläche haben oder mehr individuelle Einsteckmöglichkeiten brauchen. NX9285569 ist die Bestellwimmer dafür und natürlich für 5 Euro. Wir machen weiter. Aber das finde ich immer wieder schön, dass wir Saisonprodukte, die wir jetzt unbedingt brauchen, hier auch nochmal reduzieren. Ich hoffe, Sie schauen jeden Tag bei uns rein, weil die 5 Euro Überraschungshow gibt es jeden Tag um 19 Uhr. Jetzt geht es weiter mit einem, das ist auch wichtig, du kannst es mal einstecken, und das ist ein Geldscheinprüfer, ein UV-Licht. Das hat man oftmals schon an Kassen gesehen. Du siehst, hier wird ein UV-Licht und hier legt man einfach einen Geldschein drauf. Und Sie wissen, Geldschein ist ja nicht, gerade unsere Euroscheine, die sind ja nicht mal aus Papier, da ist ein Großteil Baumwolle. Und die haben so Farbfäden mit eingewebt. Und diese Farbfäden, die sieht man nur unter dem UV-Licht. Und das ist im Prinzip auch eines der fälschungssicheren Merkmale. Unter dem UV-Licht werden sie sichtbar. Und wenn du jetzt einen Geldschein hast und da drauf legst und schaust, und es ist keiner dieser Farbpartikel sichtbar, dann ist das ein Falscher. Ja, hier sehen wir es mal in dem Bild. Das ist eben, man sieht es wirklich sehr oft an Kassen, wenn mal ein größerer Geldschein oder bei manchen auch bei kleineren Geldscheinen, wird hier eben geprüft, ob der echt ist oder nicht. Und das liegt eben, wie du gesagt hast, an diesen unter UV-Licht sichtbaren Fäden, die damit eingewebt sind in diese Baumwolle. Das kann man nicht nachmachen, so was. Aber unter dem UV-Licht hier ist das sehr gut sichtbar. Ist natürlich auch mit der Blende, dass also das UV-Licht nicht zu verstrahlt wird, zu in viele Richtungen strahlt. Legen Sie einfach den Geldschein runter und dann können Sie sehen, ob es sich um eine Fälschung handelt oder nicht. Ist auch mal schön, es macht Spaß, auch mal so was nachzuprobieren. Ja, vor allem überprüfen. Aber ich war jetzt auch der Meinung, nur für Geldscheine. Aber ich lese gerade, man lernt ja jeden Tag dazu, auch zum Überprüfen von Ausweisen, Personalausweis, Reisepass und die Bankkarte sind ebenfalls mit UV-Sicherheitsmerkmalen versehen. Also auch da kann man dann kontrollieren, sind die Dokumente echt, ist die Karte echt, ist der Geldschein echt. So was würde ich zum Beispiel mitnehmen, wenn ich privat ein Auto verkaufe. Du kriegst Bargeld, den kennst du ja nicht. Und nachher hast du hier einen Haufen Falschgeld, das wäre ja schlimm. Oder vielleicht einer, der mit falschem Ausweis sich ausweisen will. Also es gibt auch dem Privatmann ein bisschen Sicherheit, wenn es um eben Bargeldgeschäfte mit einem an sich fremden Personen geht. Und ich finde sowas schön, für 5 Euro kann man wieder nichts falsch machen. Und du hast recht, da hat man auch mal ein bisschen Spaß dran, auch mal die Sicherheitssachen zu entdecken, weil wir zu Hause haben ja nur echte Dokumente. Mal drunter legen, dann sieht man die auch. Die Bestellnummer ist die NX6809 und die 569. Gelbscheinprüfer, Dokumentenprüfer, Ausweisprüfer, also alles, was heutzutage mit UV-Sicherheitsmerkmalen ausgestattet ist, ist hier eben zu prüfen. Und ich höre gerade unsere Taschenlampe, die wir gerade hatten, die ist schon sehr, sehr stark nachgefragt. Unter anderem hat da Wolfgang zugegriffen, wie viele andere auch. Aber ich bin auch der Meinung, Taschenlampen kann man nicht genug haben. Kann man nicht genug haben. Mir. Und da kommt schon das Nächste. Das Tempo ist wieder sehr toll heute. Und wir haben viele verschiedene Produkte aus vielen verschiedenen Sparten. Was haben wir denn hier jetzt? Das ist eine Lampe. Hopp. Das ist eine, ich lese mal vor, dimmbare LED-Laterne mit Batterienbetrieb. 0,7 Watt, 66 Lungen. Machst du gern Camping, Diana? Ja, nicht so gerne, aber nicht so lang. Nicht so lang. Du, aber ich kann mir das auch schön vorstellen als Beleuchtung auf dem Balkon. Aber, was ich jetzt gerade entdeckt habe, schau mal, Ingo, das habe ich jetzt auch noch nie gesehen, eine Lampe mit Kompass. Obendrauf im Kopf ist ein Kompass drin. Das heißt, du kannst die auch gern mal, selbst bei Nachtwanderung findest du den richtigen Weg nach Hause. Vorausgesetzt, du weißt die Himmelsrichtung, in die du laufen musst. Aber das habe ich jetzt noch nie gesehen. Lampen, die ist toll, die kann man dimmen. Das finde ich klasse. Sieht schick aus. Aber jetzt noch einen Kompass eingebaut. Sag mal, normal zahlen Sie doch für einen Kompass schon 5 Euro, oder? Ja, ja. Und hier, das ist also wirklich universell einsatzbar. Wenn man mal abends am See ist oder überhaupt abends mal draußen im Park irgendwo, hat man immer eine Lichtquelle dabei, die eben auch sehr starkes Licht macht. Du siehst das, das ist keine Taschenlampe, sondern die strahlt rundum. Das heißt, da ist alles beleuchtet in der Umgebung dieser Lampe. Findet übrigens auch Jörg aus Glashütte Schlottwitz. Die Lampe hat sich bereits im Einsatz bestens bewährt. Sehr gute Lichtausbeute als Beleuchtung. Und prima Deko bei gedimmtem Licht. Lange Standzeit der Batterien, wenig Gebrauch. Also es hält auch sehr lange die Batterie. Super zu handhaben für Kinder im Garten, Baumhaus oder Strand. Antizelt und auch abends im Zimmer als Leselampe. Das hat Erik aus Potsdam geschrieben. Das ist es. Du kannst sie einfach mitnehmen und hast immer Licht dabei. Die ist klein genug, dass in den Rucksack oder in die Tasche passt. Und hast dann prima Licht mit Kompass. Wahnsinn. Und jetzt stand er eben gerade drin, auch für Kinder geeignet. Das ist halt ja auch für ganz wichtig. Es gibt viele Lampen, die sind gefährlich. Die werden zu heiß oder könnten falsch gehandhabt werden. Hier kann man gar nichts falsch machen. Also auch da vielleicht im Wohnwagen, dort oder im Kinderbereich oder im Zelt im Kinderbereich auch mal so eine kleine Lampe aufstellen. Und da kann man hinstellen. Man kann sie aber auch tragen. Ich bin wieder beim Campingplatz. Wenn du mal zu den sanitären Anlagen in die Dunkelheit musst, da weiß man, wer auf dem Campingplatz ist. Die meisten Strecken sind unbeleuchtet. Und dann ist sowas natürlich schön, um es mitzunehmen. Und man hat eben diesen Rundum-Leuchtkegel. Also nicht nur nach vorne oder in eine Richtung, sondern in alle Richtungen strahlt das Licht. Das ist unsere dimmbare LED-Laterne. Man kann die auch dimmen, also heller und dunkler machen. Mit Batteriebetrieb. Die hat die Bestellnummer NC9089569. Ist kein Preisalarm. Können Sie also bis zu fünfmal bestellen. NC9089569. Unsere dimmbare LED-Laterne. Rufen Sie an 0800 51 51 und dreimal die vier. Dann ist es in wenigen Tagen bei Ihnen. Wie machen wir das? Together, Kristen? Ja. Au. Die Pakete werden größer. Danke schön. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Eine Kulturtasche? Ich glaube, das ist was anderes. You know what it is? My Make-Up Bag Traveling Kit. Sie sagen auch eine Kulturtasche. Sie sagen auch Kulturtasche. I would use it for my Make-Up and for traveling. Ja, jetzt kann ich, also was jetzt kommt, ich wüsste nicht, was das auf Englisch heißt. Du kannst es vielleicht nachher übersetzen. Es ist ein Handtaschen-Organizer. The Handbag Organizer. Ja. Und zwar machst du, und das finde ich ganz toll, also selbst ich als Mann, weil wer das als Mann mal miterlebt hat, wenn die Frau kurz bevor man gehen will, sagt, das ist so ein magischer Satz, da weiß der Mann, jetzt geht es noch eine Stunde. Oh, ich glaube, ich nehme die andere Handtasche. Kennst du das auch? Oh, die schwarze passt doch nicht. Ich nehme die rote. Ja. Und hier ist es kein Problem. Das ist so prassisch. Weil du alles wichtig ist, diesen Organizer hast und dann nur diesen Organizer von der schwarzen in die roten Tasche machen. Ja. Das geht jetzt noch eine Minute. Und das ist also prima. Aber jetzt fragen wir natürlich mal Frauen. Diana? Ja, natürlich. Wie hast du gesagt, wir Frauen, wir haben nicht eine Tasche. Ja, wir haben viele Taschen. Und natürlich, ich muss alles immer dabei haben. Und das hilft sehr. Ich habe das auch, andere Farbe, aber die gleiche. Und das hilft sehr. Weil normalerweise, du musst immer meine Pass zum Beispiel sein, meine Kosmetik, Handcreme, ich weiß nicht, vielleicht Spiegel. Ich glaube, Diana hat gelogen. Diana hat gelogen, sie hat ihr Handy nicht genannt. Nee, das hat sie ja immer in der Hand. Das ist nicht in der Handtasche. Das ist immer in der Hand. Aber ich finde das toll. Und ich weiß eins, also das kann ich jetzt auch von höheren Sagen natürlich, von den Damen. Eine Handtasche oder auch so ein Organiser muss viele Fächer haben. 13 Fächer haben wir hier. Da bringt man also wirklich alles unter. Und dann ist das Wechseln der Handtasche keine größere Katastrophe mehr oder größerer Zeitaufwand. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Fächer, genau. Und ich finde diese Farbe, finde ich jetzt persönlich sehr schön. Ja. Und es ist, wie gesagt, unglaublich. Praktisch einfach von einer Handtasche in die nächste. Viel Platz für alles, was ich glaube, was Mann oder Frau mitnehmen muss. Tolle Sache für 5 Euro. Jetzt möchte ich noch eines Zuschrift vorlesen, weil ich das gerade lese. Gertrude aus Neumarkt schreibt uns, war ein Geschenk an meiner Tochter, damit das Chaos in ihren Handtaschen ein Ende hat. Beim Umräumen vergisst sie ständig etwas und so kann dies nicht mehr passieren. Sie ist begeistert. Und die werden es auch sein. Die Bestellnummer ist die NX 9315 und die 569. Man kann es natürlich auch separat als Kulturbeutel verwenden. Aber diese Optionen, Organizer, dass wenn mal die Handtasche bei den Damen gewechselt wird, dass nichts vergessen wird, die finde ich einfach toll. Und den Preis finde ich noch viel besser. 5 Euro. Also ich hätte jetzt gesagt, hier sowas 10, 15, 20 Euro. Gefühlt, ich höre gerade 20 Euro unverbindliche Preisempfehler. Und da geht es schon weiter. Wir kommen mit... Diana bringt Stress. Ja, steht zumindest drauf, aber Stress ist durchgesprungen. Und jetzt werden uns die Damen zeigen, was man mit diesem Produkt macht. Komm Christian, wir schauen, was man kann. Okay. Wissen Sie zu Hause, was das ist? Das ist eigentlich ein Spaß. Das ist ein Stressabbau. Punching Ball, könnte man auch dazu sagen. Böse Zungen haben wir behauptet, wenn jemand ganz arg geärgert hat, dann hängt man da oben, wo der Stress. Jetzt steht einfach ein Bild, ein Foto von dem Menschen hin. Und dann gibt man ihm mal eine Backpfeife, ohne dass es jemand wehtut. Und dann egal. Diana, welchen Bild würdest du da aufhängen? Ich sage... Bei Christa hat man gerade gehört, sie würde mein Bild aufhängen und mir ein paar Backpfeifen geben. Aber das ist jetzt mal ein schöner Gag. Vielleicht hat man auch so einen kleinen Choleriker in der Firma, dem man so etwas mal schenken kann. Wüsste ich nicht. Den können die meinen. Keine Ahnung. Also da füllen Sie, wir haben jetzt kein Wasser drin, aber da füllen Sie unten Wasser rein, dann stellt er sich automatisch wieder auf. Ist ein Stress, Anti-Stress-Design nennt sich das. Das macht natürlich Spaß. Für 5 Euro, und das nehmen Ihre Kinder bestimmt auch ganz gerne, mal ihren Stress abbauen. Einfach mal den Garten aufstellen und einfach mal Spaß haben. Für 5 Euro, kinderleicht, ist es auch einfach zu verstauen. Tun Sie einfach Wasser rein, dann stellt er sich wieder von ganz anderen. Sie sehen schon, was unsere Damen hier für Spaß haben. Mit unserem aufblasbaren Soft-Punching-Ball-Kegelformen-Anti-Stress-Design. 1,45 Meter groß und... Ja, lassen Sie sich nicht irritieren, weil der jetzt unten fällt. Ich fühle mich schon besser. Sie füllen Wasser rein und dann geht das ja immer wieder von allein in die Standversion. Also so, als würde es jemand festhalten, das passiert aber dann automatisch. Und dann kann man so ein bisschen Stress, ein bisschen Aggressionen abbauen, ohne jemandem wehzutun. Und ich glaube, das ist auch ein richtiger Spaß dann. Man sieht es an den Damen. Oh, oh, ich weiß jetzt nicht... Ja, da ist man dann froh, dass das die Puppe ist und kein echter Mensch. Ich weiß jetzt nicht, wer Christen so geärgert hat. Ich weiß jetzt nicht, wer Christen so geärgert hat. Also sie denkt gerade an ihren Ex-Freund, okay. Oh, 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 oh. Weißt der das? Weißt du, was du von ihm hältst? Aber ich finde es auch schön. Das macht Spaß, das sieht lustig aus. Ja, und für 5 Euro können Sie auch... Kannst du es auch mehrfach bestellen? Nein, guck mal, ich bin mal Spaß. Ich habe doch keinen Stress. Wir sind doch so entspannt hier bei VRLTV. Ingo, hast du Stress? Okay, jetzt hast du gleich Stress. Christens Ex-Freund. Oh, okay. Und sie, 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 und sie. Jetzt kommt noch ein Kick. Jetzt kommt noch ein Kick. Ich weiß mal, wie Christen da richtig sich reinsteigt. Oh, je, je. Das ist 81 71 569. Jetzt immer noch heile. Wie gesagt, zu Hause machen Sie einfach Wasser rein, dann richtet er sich von selbst wieder auf. Wir hatten tolle Produkte, spaßige Produkte, nützliche Produkte. Jeder hat, glaube ich, etwas für sich gefunden. Diana rettete jetzt unseren Antistress-auflasbarer Puppen wieder. Der Preisalarm war natürlich toll. Und hier, diese Stresspuppe ist einfach der Hammer. Also Sie sehen, so geht es jeden Tag ab. Immer wieder überraschende Produkte. Das war es nochmal. Hängen Sie doch bitte bei uns. Heute um 19 Uhr findet die 10 Euro Überraschung statt. Und auch jetzt geht es spannend weiter. Genießen Sie den schönen Tag. Und jetzt gehen Sie vor allem ans Telefon und bestellen Ihre Lieblingsprodukte, bevor Sie ausverkauft sind. Tschüss, bis später.